Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur aktuellen Ausgabe von Die Lage der Nation, dem beliebten Polit-Talk auf Fuchs-News. Die sehenswerte Dokumentation mit wehender Mähne fürs Vaterland, die schönsten Pferde unserer Kavallerie. Wo sind die die Toilette? Entschuldigung, ich bin da auf Sendung. Da rechts raus, links. Trocknet eure Tränen, denn euer neuer Sender Weltfrieden-TV geht ab heute auf Sendung. Hey Leute, Weltfrieden-TV zeigt jetzt ein paar kurze internationale Nachrichten. Of course, it's a funny story. It's the call is, let's go for a sex strike till we have a government. It's always work. Yeah, I think it's always work and maybe that's what we need. Doch, Schatz, wenn du mich wirklich für den Regen stimmst. Ich denk mal drüber nach. Du denkst mal drüber nach? Dann sag Bescheid, wenn du mit dem Denken fertig bist. Grüße an. Untertitelung des ZDF, 2020